Wenn du mit deinen Mitarbeitern nicht zufrieden bist und du alle austauschst und die nächsten Mitarbeiter sind wieder gleich wie die, die du zuerst hattest, dann solltest du einmal über die Anreizstruktur deines Unternehmens nachdenken. Also wofür werden Mitarbeiter bei dir belohnt? Denn das führt normalerweise dazu, dass Menschen sich so verhalten, dass sie ihre Belohnung abholen können. Und wenn du sie immer gleich belohnst, also zum Beispiel, wenn die einzige Belohnung, die es gibt, Geld ist oder die einzige Belohnung, die man kriegen kann, ist, wenn du mehr Umsatz machst, bekommst du mehr Geld, dann werden sich die Menschen auch so verhalten. Das solltest du überprüfen, wenn du nicht zufrieden mit deinen Mitarbeitern bist. Ich wünsche dir viel Erfolg.